Karl Ludwig Wilhelm Grollmann, seit 1812 von Grollmann, war Jurist und hessischer Minister und Ministerpräsident. Seine Eltern waren der hessische Geheimrat Adolf Ludwig Grollmann und dessen Ehefrau Anna-Sophie von Raun. Leben Grollmann immatrikulierte sich am 25. September 1791 als Student der Rechtswissenschaft an der Universität Gießen. Später wechselte er an die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen. In Gießen wurde er Mitglied des Harmonistenordens und des Korps Franconia. Gräumen habilitierte sich 1795 in Gießen und wurde 1798 dort A.O. Professor 1800 O. Professor für Recht. 1804 wurde er Oberakulationsgerichtsrat. Von 1810 bis 1812 amtierte er als Rektor der Universität, von 1815 bis 1820 als Universitätskanzler. Zeitlebens galt er als guter Freund, aber wissenschaftlicher Kontrahent Paul J. A. Von Feuerbachs der Gräumen die Theorie des psychologischen Zwanges im Strafrecht ablehnte. 1812 nobilitiert war er seit 1816 in Darmstadt Vorsitzender der Gesetzkommission des Großherzogtums Hessen. Seit 1819 Staatsminister und seit 1821 Minister des Innern wie der Justiz und Ministerpräsident. Er starb als hessischer wirklicher Geheimrat. Familie Er war seit dem 1. April 1798 mit dem Meli Katharina Maria-Sophie van de Waal verheiratet. Das Paar hatte fünf Söhne und fünf Töchter, von denen zwei Söhne und eine Tochter Jung starben, unter anderem Johann August Professor der Rechte in Gießen. Eduard Großherzoglich hessischer Generalleutnant und Kriegsminister. Wilhelmine Lemniskater Friedrich von Homberg zu Wachhof Gerichtspräsident. Werke Grundsätze der Kriminellrechtswissenschaft nebst einer systematischen Darstellung des Geistes der deutschen Kriminalgesetze. Gießen 1798 Vierte Aufel 1825 Nach der R. der Vierte Verb Aufel Gießen Heier 1825 Goldbach Kaib 1996 ISBN 3-8051-03662 Theorie des gerichtlichen Verfahrens in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten Gießen 1805 Aufel Ausführliches Handbuch über den Code Napoleon Zum Gebrauche wissenschaftlich gebildeter deutscher Geschäftsmänner entworfen Gießen Heier 1810-12 Volltext online In